DaddyCat hat so viele Funkenäste, das ist unfassbar, ne? Wer? DaddyCat. Böööö. Okay. Warum das ist? Ich weiß nicht, ob ich es kenne. Extreme Women-Spieler. Ah. Ich kenne nur Seronium. Das ist nur da, weil du bist ein Sim! Absolut. Junge, wenn der echt wäre, Alter? Geil. Ist der halt mal Fake oder was? Hä? Na klar. Alle im Internet sind immer Fake. Ich bin auch Fake, ich bin eigentlich Ulf80. Ulf80. Warte, ich will den Kloppen. Machst du dich jetzt lustig über meinen Namen? Über meinen Alter? Pass mal auf, Mann! Ich habe den ersten Weltkrieg miterlebt. Ne, warte, das ist ja falsch. Da kam so ein Master of Donkeys. Da gibt es einen richtigen Donkeys. Oder ein Master von den ganzen Donkeys. Nach Donkey Kong, oder? RTX. Oh, ne? Da gibt es nur so, wie es muss sein. Da gibt es nur so, wie es muss sein. Das muss sein. Oh, mir geht auf, mich über die Finger gemacht. Ouh. What? Seronium, einfach, Test-YouTube-Stream. Dankeschön. Wie geil ist das, ne, Bruder? 20 mehr. 20 noch! Was, 20 noch?